Hallo und herzlich willkommen hier bei einer weiteren Folge Minecraft, äh, Minecraft. Scheiße, ey. Scheiße, ich bin mir runtergefallen. Egal, Minecraft mitten auf den Aufnahme, egal, verkackt. Ja, er war failing. Wieder hier bei G-Moss, TTT. Mit dabei ist auch wieder unser Dark Beetle. Jo, hallo an unsere Zuschauer. Wir sind mit dabei bei einer Runde CTT. Oh, Scheiße. Schau, nein, ich flieg das Haus runter. Ja, den Nito ist weg. Unglaublich. Unglaublich, muss ich sagen. Wirklich unglaublich. Ja, es hat uns auch gebeten, jetzt gerade hier bei Minecraft. Ja, natürlich, äh, Holz abpacken. Oh, die großen Blöcke, ne? Ich werde angeslipt, angestippert. Kirito ist bei mir. Oh, ja, Kirito ist bei mir. Okay. Okay, fährt das hier schnell. Sorry, Roy Garner. Wir sind voll die Krasse und Blöcke, muss ich sagen, ey. Ich hatte im besten Fail. Das sah schon sehr witzig aus, muss man sagen, wie du mit dem Hass in der Hand vorbeigesegelt bist. Ich hatte zu spät gemessen, weil ich von oben voll vollkommen kann. Ich habe einfach jetzt die ganze Zeit Dark Beetle verfolgt mit dem, äh, Explosionspass. Das war der erste Tee. Warst du aber ein bisschen untergefallen? Das ist immer so. Der Nito, warst du Tee? Nein, war ich nicht. Ich war Tee. Warum verfolgst du mich denn trotzdem damit? Weil ich lange rein habe. Auch der Nito. Weil ich einfach saugerein bin, ey. Tja. Aaaaaah. Au. Ah, das hat jetzt wehgetan. Das hat jetzt wehgetan. Auch das. Nee, ich hatte mal einen Bändergeriss und der hat sich gerade wieder begrüßt. Alles klar. Nein, jetzt hat er einfach geknackt. Ich fahrt sich hier, Tor fand ich nicht witzig. Ich höre, du bist auf jeden Fall schon mal verdächtig. Der hat dabei drauf gesnipet. Wer ist denn vorn? Dark Beetle war cool. Der hat dabei drauf gesnipet, der hat sich tot drin. Der hat sich weggeholt. Der kriegt sich jetzt auch schon da hoch, ne? Der ist hier drüben, Dete. Und schon wieder derselbe Trick. Ja. Zielt auch, der sniper. Ja, ich habe gerade den Dark Beetle da weggeholt. Ich muss jetzt gucken, wie ich da hinkomme. Äh, hier liegt die mehr. Ja, und zwar Dark Beetle. Ja. Hast du den... Einen Traitor? Ja, sag ich doch. Ich habe den noch weggeholt. Ich habe den verbracht, der ist Traitor. Achso. Der hat auf einen geschossen und es ist dann einmal ums Haus rum, mit unschuldig zu tun. Ja, dann ist das Reul, Digga. Der ist Proofen. Nein, nein, der ist es nicht. Oh, Mann. Ja, ich bin der Reul im Organer. Nein. Hehehe. 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 Oh ja, der Miefel, ey. Der Miefel. Sanz, zieht auf mich. Ja. Warum bist du angehindert? Jetzt ist auf dich. Leipo, warum zieht sich auf mich? Warum bist du angehindert? Bitte? Leipos, Prater? Leipos, Prater? Bin ich nicht. Okay. Bin inno. Kannst du ihn ja wegmachen. Aua. Bin er. Ja, wenn er nicht antwortet, was ist los? Ja, wenn er inno sein ist, fühle ich dich, ne? Ist ja klar. Ich bin inno immer noch. Ich habe gerade gefragt, warum bist du angehittelt? Gibt es denn keine Antwort? Achso. Ja, ich wurde... Ja, ich habe mehr als einmal gefragt. Hehehe. Ich habe dir aber nicht zugehört. Sorry. Trankst du? Okay. Der Nito ist es. Der Nito ist es. Ach, pass auf. Nee, geht da nicht hin. Der lässt den Haus einstürzen. Echt? Geht da nicht hin. Hehehe. Der überlebt das auch. Nein! Der wünscht mich wie, was lebt! Hey, Joss. Schau mal. Hä, wie ist das Haus nicht eingestürzt? Das Haus ist nicht eingestürzt. Ich wollte, dass das Haus nicht eingestürzen würde. Aber der Nito kennt mich schon. Ach, Mensch, Jan. Weil, weißt du? Ich muss einfach den Eindruck bringen, um zu den Detailern zu... Äh, so zu... Hauptsache. Ja, ich hätte auch... 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 Hauptsache, äh... Ich ziel, äh... Auf den T... Kopf explodieren. Ich... Äh... Auf Gerritus, Kopf... Gerritus, Kopf explodieren. Das Leiden kannst du nicht wenigstens spocken. Ja, ja. Ähm... Wegen was? Weil ich völlig gestorben bin. Äh... Ja. Ich dachte eigentlich, du machst das jetzt gleich plötzlich. Ich platzte nach hinten weg. Dann war aber auch recht klar, woher der Schuss war. Ja, ja. Das war... Ja. Wenn du das nicht geschickt hast, dann bin ich nicht dabei. Nein! Hahaha. 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 Pfff. Ich hatte immer wieder ein Fall. Oder versuch die Bretonkuhl wegzuschlagen. 할�le mich gestorben. Oh Gott. Jetzt muss jemand unschraulen sein. Nein ich habe versucht, dich zu schubsen. Hahaha. Pfff. Kein Rundchen, der ist da oben. Pfff. Wie ist das hier raus? Ich bin schräg ein kleiner Toypatsch. Schräg. V.a. Ich werde es hier immer so nervös mit der Waffe langen ist. Hä? Du warst gerade bei mir, hast du nicht gesehen, wer eigentlich hier ist. Ja, komm doch mal hoch. Wie geht es? Flaike ist hinten aus dem Auge? Ja. Wir wissen mal, wer mit dem Smartphone fest ist, ne? Beetle ist auch bei dir bei uns in der Nähe übrigens. Und wer ist der? Ja, Pregana ist das, ja. Ja, unter Flaike steht noch jemand. Und wer ist das? Ach, das ist der, ach, das ist... Ah, alles klar, kriege ich den Dete. Mhm. Gut. Äh, auf wen hast du gerade geschossen? Bitte? Auf wen hast du gerade geschossen, Regana? Wieso ich? Ich habe auch keinen geschossen. Doch. Nein. Oh, nix. Das hätte ja eher der Dete mit verloren. Boah. Ich bin der Dete. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Wir kriegen einen Herzenfahrt kriegen, ne? Ja. Nein. Wingslayer ist bei mir. Ja. Ja. Wenn ich gewollt hätte und Heli wäre hätte der Dete mitzutrohen. Ja, aber nicht unter den Augen von Regana und Kirito. Alter, ich wurde angefassen. Richtig. Ja, der Regana ist es. Hallo? Das hätte ich mir so gehört, dass ich es hätte? Das war weiter weg. Das war weiter weg. Sicher? Ja. Ist ja der im Turm. Ist ein... Ich habe den Schott hier nicht erwischt. Ich verpöss mich. Ja. Es ist Dark Beetle. Dark? Ach, geil. Dark Beetle. Er hat schon so komisch. Vielleicht ist ein Flak und der Dark Beetle ist. Oh, da stoppst du mir jemanden an. Hey, Alter. Wo ist denn der? Saito, sag mal an. Hey, Regana. Wolltest du nicht hier ankommen? Regana, du hast keine Waffe bei mir in der Hand. Geil, was ist das denn? Ja klar, hier, da. Die normale Reise. Ja, aber du hast keine Waffe bei mir in der Hand gehabt. Jetzt... Das war fast. Geil, was ist das denn? Das war einfach. Super. Äh, Leiter. Ich weiß auch noch nicht, wo der ist. Nein. Nein. Regana, schieß doch sein... Ich komme bestimmt nicht raus, wenn du bei 3 bist. Guck mal. Kann der mich auch in diesem Winkel ermischen? Wo? Ah! Und wer hat das hier? Wer hat das hier? Weg, oder? Weg, oder? Ja, Leute. Ihr wisst aber, dass es zwei Traitor gibt, ne? Hehehehe. Vielleicht greift gestorben. Aua. Scheiß. Aua. Das ist zwar schön. Aua. Super, noch einer wieder. Ähm. Aua. Also, ich schätze mal Saitos, der andere. Würde ich jetzt mal so... ...von ausgehen. Nein. 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 Ach! Ey, Jansen! Eih, das ist jetzt nicht dein Ernst. Sorry. Kann man nicht sein? Kann man nicht sein? Es war Trauer nicht Urgana, ich wusste es es. Ich wusste auch, der hat geschossen. Der nächste Machst du weg, ey. Blut. Guck mal. Du kannst dir nicht Trauer? Ich dachte, dass Seil tot heute ist. Nein, nein, ich dachte, dass Seil tot heute ist. I'm so really sorry. Ich bin gestorben. Vor allem, so richtig innohaft, ne? War schon wieder einer weniger. So richtig traurig, ne? Ja, weniger für mich. Weniger für mich. Weniger für mich, Juri. Ey, geiler, du hast ihn doch getötet. Achso, ach nee, die andere, stimmt. Achja, stimmt. Ich bin der... DarkBeatles Tee. Äh, den seid ich? Boah, der ist Tee? Nee, tschüss. Entschuldigung, ich... Eiser! Kirito! Was habt ihr da oben gemacht? Kirito ist es. Ne, Kirito war eh noch. Wie der Ecke? Ja, ich weiß nicht. Mal weg! Ja. Alter, beide Insta mit ne AWP. Ich trau denn den Text nicht. Ich hatte ihn in der Sky. Ich stehe bei Garner schon wieder. Warum ziehst du auch nicht? Ich auch ab, Alter. Der ist nur gegen die Scheibe. Hier hinten ist aber auch niemand. Ich bitte wohl nicht, Alter. Die sind beide vor mir gestorben. Boah, Garner hat die abgenommen, ne? Nein, negativ. Ich werde die ganze Zeit beobachtet. Auf dem Penis Tower. Den Penis Tower. Ja, so. Ihn anderen Namen kenn ich dafür nicht. Da ist denn wieder einer drinnen. Wollen wir mal abholen. Zweifel komm ich da nicht weit. Ja. Weißt du? Schon mehr was hochgegangen. Ja. Das muss doch vom Tower ausgekommen sein. Ja. Hier der kleine Tower. Der mittel Tower. Da ist er. Oh. Scheiße. Wie denn? Nein. Verdammt. Ich hab ihn getötet. Ich hab ihn getötet. Okay. Flag ist blue. Und Scythul ist da. Ja. Wurde von meiner Rifle getötet. Oh. Ich bin 100 in O-Umo. Ja gut, du. Oder Scythul. Ja. Dann macht ihr euch halt gegenseitig. Scythul ist es. Er ist wie gesagt Riffelpower da. Aua. Gott. Denk ich mal die Leiche. Oh mein Gott, ich hänge. Oh mein Gott, ich hänge. Oh mein Gott, ich hänge. F die doch einfach runter. Ja, aber ganz hinten. Scythul ist rausgegangen. Warum ganz hinten? Oh nein. Hier rüber. Ähm. Dann kann man sie auch nicht mit dem Scrabble upholen. Moment. Ich hab ihn grad gekillt. Ne? Aber ich bin Inno. Ja natürlich. Ich schwör's dir. Es kann nicht. Ich kann auch runterspringen, wenn du möchtest. Es ist egal. Vielleicht ist es. Ich bin's nicht. Ich würde auch nicht meinen T-Kollegen wegmachen ohne Grund. Du hast ihn nicht gekillt. Ja ohne Grund. Du Penner. Was denn? Woher ist denn? So. Ähm. Dragon. Holst du dir Waffen oder hast du Punkte? Alter, hinter dir! Hinter dir! Nein! Alter. Jetzt haben wir auch Waffen. Also jetzt können wir auch Scythul jagen gehen. Ja. Was? Ihr lebt beide? Ja. Ja. Nee, ich lebe nicht. Ich regne nochmal. Ja. Das ist ein Tor. Einfach auf dem Turm gesprayt, aber kein Schuss kommt an. Unfair. Zwei gegen einen. Er ist schnell verwundet. Er geht raus. Stirb doch endlich. Ich glaube, er geht auch in den Tower, oder? Er ist gleich neben den Tower. Er ist da. Oh. Und der Tor. Nice. Summerfly. Flygill. Ganz asozial, weißt du. Das war's für mich. Ich fühl's nicht. Morgf. Ich hab's vertraut, was sie gesagt haben seitdem. Das Ding, ansonsten hätte ich gar nicht geschossen. Das war einfach richtig geil, was du gemacht hast. Also, das war's für mich. Das war's für uns. Das war's für uns. Das war's für uns. Das war's für uns. Das ist aber auch geil. Unglaublich, ey. Das wird gut gemacht, Flygill. Das war's für uns. Das war nicht alles, wie YouTube macht hier, ne? Tennis, genau. Das hat mich ja alle. Das ist ja alles völlig gefunden da. Ich hab' ich lustig gefunden. Alter. Ich bin Detective. Ich treu' dir nicht. Du, was kauf ich mir? Was kauf ich mir jetzt? Was kauf ich mir jetzt? Was kauf ich mir jetzt schönes? Okay, soll ich mir Nighthawk kaufen, ne? Nein, bitte nicht. Nein. Bitte nicht. Nein. Du kannst damit nicht umgehen. Bitte lass uns einfach. Wer ist für Musik? Wer ist für Musik? Wer ist für Musik? Ähm, ja. Lass uns tanzen, oder was machst du da hinten? Ja, hörst du die Musik auch, wenn ich's angemacht hab? Ja. Ja, gut. Ja, gut. Ist eigentlich keine Moniz drin? Hallo? Ja. Ja. Kirito? 2 zu 5 auf mich, 2 zu 5. Was? Ja, ja. Hab' ich dich getroffen? Ja, ja. Ja. Alter! What the fuck? Ich wollt' eigentlich mal aufs Brett schießen. Weiß nicht was für mein'n. Aua. Kirito ist halt die ganze Zeit mal so versucht. Also er zieht auf mich so. Na klar. Versuche den besten Winkel zu finden, um dich zu töten. Dark Beetle, Dark Beetle, Dark Beetle, Dark Beetle, Dark Beetle, Dark Beetle, Dark Beetle. Dass die Leute mal anrufen, wenn man keine Aufnahmen will. Oh. Na die ist noch um die Besten. Ich mag die nur. Oh, das Kirito. Oh, sorry. Oh ja, danke Detective. Ich hab's auch noch gesagt. Nein. Weißt du, schießt in die Fenster her, weil man sieht, dass du aber noch da stehst. Äh, ich glaub, Dragon Slayer ist tot. Hallo, Info, Dragon Slayer ist tot. Okay, Psycho ist es, Psycho ist es. Psycho ist es. Wo ist er? Psycho. Psycho ist es. Random. Ja, war Dragon Slayer Trader? Weiß es nicht, ich glaub aber nicht. Ja, äh, Dragon Slayer war T. Ähm. Ich glaub da ist grad jemand draufgegangen. Also, Psycho ist grauer. Was? Lara, ich bin froh und hab nen T gekillt. Ja, nen T. Dragon Slayer. Der ist doch, aua. Der ist doch runtergefallen, verdammt. Den hab ich getötet. Die Waffe ist unfair. Hä? Moment. Krendite? Aaaaah! Das ist unfair. Ich hab die Waffe. Ich hab die Waffe. Ich hab die Waffe. Weg. Weg, weg. Au, warum spielst du auf den Junge? In dein Ernst? Sag ja, wer steht, hätt ich dich schon längst gekillt. Das ist ne Junge. Ne Aufnahme. Ja. Jo. Danke, Krizo. Danke. Ich hab die die ganze Zeit getrollt. Ist da eins da drüben, oder was? Äh, ja. Ich werd grad... Oh nein! Oh nein! 1 HP, ne? Hm. Oh. Wie lange braucht ihr den? Ich bin kurz... Leute, ich bin kurz AFK. Ohne Momento. Ist das jetzt gerade der? Seid vor, wo ist denn Kirito? Äh, der ist bei den zwei Zauern. Okay. Kann man irgendwie... Irgendwie... Eine... Was soll ich sagen? Hm. Da irgendwie keine Kanapen reinschmeißen, oder so? Ja, macht euch noch einen Plan, während der Detektiv-Afgas neben mir ist schon. Ist okay. Hm. Dann schreckt mich. Mit meinem 1 HP... Nimm! Nimm! Ich hab... Ja, schaue. Ich hab... Ja. Wie geil, dass mich der Detektiv-Killt. Nimm! 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 Loll! Das Ding hat einfach mal 10 Schuss Aber warum hast du seitdem nicht abgeschossen? Der wurde doch auf KOS gesetzt? Ja, keine Ahnung Ja, irgendwie keine Ahnung Was für mich das? Ich hab doch von Anfang an gesagt, dass der fehlt Das ist auch eine Aufnahme, wenn das mal anruft Nein, nein Da ist man so professionell und schließt Skype Oh Gott, ich dachte schon, das wäre mein Ende gewesen Ah Ja Wie viel ist bei mir? Kirito, willst du mich erschießen? Ja klar Schieß mich raus, Kirito erschieß dich Kirito erschieß dich Kirito erschieß dich Hallo Was? Ich dachte, es wäre dein Wunsch, von mir erschossen zu werden Wenn du zu klein bist Nee Das kann ich dir leider nicht bieten Ich hab eine Scheißwaffe, ich hab ein bisschen Eifer Verdammt, ich muss Ups Hala Ich kann es mal Machen, ich kann es mal weniger Was? Ich hasse Sniper Du kannst aber ein Blufftops nicht, wenn der Schottgang gewinnt Ich weiß, aber ich kann nicht Snipern Ich kann nicht Snipern Du hast ja noch zwei Leute geschossen Ich hab oben auf den Fenster kaputt geschossen Hast du noch eine Crowe da draußen? Ich bin nicht mal bei dir Also Dengstair ist es nicht Wieso? Weil ich nicht mal bei dir bin Da liegt eine nicht identifizierte Leiche Zwischenturm oder beim Garten Ich hätte die Jocker wegmachen können Ach Plakbiedl ist es Ich komm mit euren Namen an Dauer durcheinander Ja, danke, Willst du mich töten? Nein Diesmal nicht einfach Nein, diesmal nicht einfach Noch, noch hab ich keinen vernach Nee, ich bin's nicht Aber der Unterbrennen muss Saito sein Muss Saito sein Ja, aber wo ist der schon wieder? Äh, Reugana, hast du Saito getötet? Negativ Okay Dragon, lebst du noch? Dragon, okay, Dragon down, der B ist es Hier, Dark Battle Dark Battle? Ähm, da muss es aber auch Leiche sein Nee, wirklich nicht Er hat doch keine drei Wunden in Folge Traitor Nein Das wird niemand Mensch Ich kann ja auch Beetle als Beweis töten gehen Ja, dann Ja, genau Wirklich bei Dragon's Nair Okay Boah, nix Das ist ja, weil ihr noch Oblike ist auch weiter Danke Oh Nee, Moment, Dragon's Nair liegt ja noch Oh Äh Hehehe So, wie machen wir das jetzt? Ja, keine Ahnung Ja, keine Ahnung Wo ist er? Ich könnte versuchen nochmal einen knappen Treffer zu machen Na komm, wo bin ich denn? Dort, ich hab nochmal da Wie? Ihr wisst es doch, oder was? Entschuldig bin ich so Ja, runter Ah Nein Nice Ja, so, okay Okay Also, danke, dass ihr zugeschaut habt Na ja Und das war's wohl mit Rooftops Ja, bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal Wuhuuu Ciao